Musik Herzlich Willkommen beim Zürnverein Ningersheim. Mein Name ist Bernd Nägele, ich bin Übungsleiter und Trainer für die Jungs zuständig. Wir sind heute in Klein Ningersheim in der Kelter. Eine Ausnahme, da in Ningersheim die Halle renoviert wird, müssen wir eine hier in der Kelter turnen. Wir werden hier noch mit den Jungs zweimal in der Woche, zweimal zwei Stunden. Wichtig ist für die Jungs die Grundlagen wie Körperspannung, Kraft und Ausdauer. Mit Weiteren wird an den Geräten Dreck, Barren, Boden und Sprung trainiert. Für die Kleineren jeweils verschiedene P-Stufen. P-Stufen sind die Pflichtstufen, wo genormte Übungen erforderlich sind. Das heißt, die Kleineren machen die leichten Übungen, die größeren die schwierigen. Faszination drinnen, das ist eigentlich alles. Das ist Körperspannung, Kraft, Akrobatik. Das gehört eigentlich alles dazu. Und je früher die Jungs anfangen mit Turnen, umso mehr Erfolge haben sind. Jetzt sehen wir den Vergleich zu den Mädels. Also die Mädels sind viel einfacher zum Trainieren, weil die gehen einfach von klein auf auf viel bessere Körperspannung. Ich bin die Elke Halber und trainiere zum Fall Innersheim die Geräte-Turn-Gruppe weiblich. Von sechs bis sieben Jahre die erste Gruppe und die nächste Gruppe von acht bis zwölf Jahre hier in der SKV-Halle. Im Geräte-Turnen legen wir Wert auf die Regelmäßigkeit. Wir beginnen unser Training mit Aufwärmen, Aufwärm-Gymnastik und gehen dann über zu verschiedenen Übungsteilen erlernen. Vom Einfachen zum Schweren natürlich und nehmen dann Datum mit an Wettkämpfen teil. Aufwärmen! 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 Vielen Dank.